Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute die 6x6 Build Challenge und ja, ich mache mal wieder ein Speed Build beziehungsweise muss ich darüber ja ein Makeover, wie heißt das? Ein, ein, ich muss drüber reden. Wie immer wird das ein bisschen chaotisch ablaufen, weil ich hier natürlich dann normalerweise nichts rausschneide und einfach drauf losrede und ja, in meinen sonstigen Videos schneide ich natürlich alles mögliche raus, wo ich ein bisschen sehr behindert bin, aber hier seht ihr meine komplette Wahrheit, wie ich wirklich bin oder so. Ähm, ich bin komisch, es tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich das gerade eben erst gebaut, dementsprechend erkenne ich das noch alles sehr gut und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist. Also ich habe zwar schon schönere Sachen gebaut und so, aber ich denke, es ist angenehm genug, um, dass man das vielleicht auch mal nutzen könnte, um zu spielen eventuell. Sollte auch alles funktionieren. Denke ich, ich habe es glaube ich nicht ausprobiert. Ich habe zwar ein Zimmer gestellt und dann halt Screenshots und so gemacht, aber irgendwie kam ich nicht dazu, irgendwas in die Richtung zu testen, beziehungsweise ich hätte schon dazu kommen können, aber irgendwie habe ich es ein bisschen vergessen. Aber hey, ich werde es wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal in die Galerie packen und dann ja. Ich habe keinen Custom Content mehr für meine Bildsachen, was sehr traurig ist, weil ich hätte sonst noch ein viel schöneres Bild bauen können, aber also ich habe noch ein paar Sachen, ein paar Deko-Gegenstände, aber ich wollte die jetzt auch nicht nutzen. Die werde ich dann demnächst auch noch rauswerfen, weil wenn ich schon so viel Custom Content rausnehmen musste, dann das auch und ja, sehr traurig, weil mein Spiel hat irgendwann nicht mehr gestartet, als ich mit Custom Content, also als ich Bau Custom Content auch drin hatte und das war sehr traurig. Also wenn ich es rausgenommen habe, hat es immer gestartet und hat alles funktioniert und so, aber irgendwas scheint damit kaputt gewesen zu sein und das ist sehr traurig, weil eigentlich habe ich meinen Build Custom Content sehr geliebt und ich habe sehr viel damit gebaut und dementsprechend vor allem in meinen privaten Speicherständen, wo ich dann so viel mir da rausgesucht habe und damit gebaut habe, es war schon sehr traurig, als ich dann plötzlich mein ganzes Haus umbauen musste, weil ich nur sehr wenig normalen Content genutzt habe. Aber so ist es nun mal leider jetzt und ich akzeptiere das auch, dass das jetzt so ist. Vielleicht wollte mir das Spiel auch einfach mal sagen, dass ich zu viel benutze. Ich meine, ich hatte vier Gigabyte mehr im Spiel drin und ich habe so jetzt schon neun oder zehn Gigabyte nur mit Sachen, die ich im Creative Sim habe und ja gut, was soll ich da sagen, ne? Klar, dass das Spiel dann auch irgendwann mal sagt, nee, nee, sorry, so läuft das hier bei uns nicht. Ich kann es nachvollziehen. Ja, das ist mein erstes Video, das ich tatsächlich nicht top aktuell mache auf diesem Kanal hier beziehungsweise seit dem Neuanfang, seitdem ich Sims-Videos mache, denn heute ist der fünfte Zweite, das ist ein Dienstag, glaube ich, ja und ich habe heute die Mitteilung bekommen, dass ich am Sonnerstag in die Tagesklinik komme und dementsprechend werde ich da ja weniger Zeit insgesamt haben für das Ganze hier und bevor jetzt jede Woche wieder was ausfällt, was ich doof fände, weil ich würde das jetzt gerne wirklich wieder regelmäßig machen und das halt auch nicht schleifen lassen, weil mir macht das extrem viel Spaß wieder zur Zeit und dementsprechend würde ich es schon gerne haben, dass wenigstens hier am Samstag ein Video kommt. Das hatte ich ja auch mehr oder weniger so angekündigt und eigentlich sind, also meistens sollte ich nicht ankündigen, weil dann wird es eh nichts, aber ich habe Hoffnung, dass es diesmal funktioniert und dementsprechend, ja, nehme ich jetzt das im Voraus auf, damit ich mich darum dann nicht noch Samstag oder so kümmern muss, so in letzter Not. Gut, das wäre nicht so geil, finde ich, dementsprechend, ja, dann kümmere ich mich lieber Samstag oder Sonntag um das Video, was dann die Woche danach kommt und so weiter. Es ist dann zwar doof, dass es halt nicht alles so krass aktuell ist, das Gesagte zu dem, was noch kommt, aber was soll ich machen? Ich kann nicht viel tun, beziehungsweise ich könnte mich auch abhetzen und sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem in der Woche, aber ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe, ein Video aufzunehmen, nachdem ich, weiß ich nicht, acht Stunden oder so am Tag unterwegs war, im Sinne von, da wird die ganze Zeit irgendwas mit Therapie gemacht, also ich meine, wenn ich Schule hatte oder so, war es halt auch immer möglich und so und da ist man ja eigentlich auch viel unterwegs, vor allem, weil ich, äh, in meiner letzten Schule musste ich, hatte ich ja immer eine Stunde Schulweg und dementsprechend hat es mir ewig gedauert, bis ich zu Hause war, aber wenn ich dann aufgenommen habe, war es wieder okay und das hat auch alles funktioniert und so, aber ich glaube, dass das halt einfach so nicht unbedingt, in der Funkzeichen, möglich ist, für mich jetzt zur Zeit, wenn ich dann zur Klinik gehe. Ja, das ist mein Update an euch, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass das Ganze hier nicht so ist, dass halt was ausfällt, ähm, weil ich habe ja gesagt, jeden Samstag um 17 Uhr ein Video und, äh, das werde ich einhalten. Ich werde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe davon geben, denn das Ganze liegt mir sehr am Herzen und, äh, ja. Wir sind jetzt schon im Außenbau, das gehört ja theoretisch gar nicht zu der Challenge dazu, weil eigentlich geht es ja nur um den Innenbau und so, aber ich dachte so, wenn ich jetzt schon noch die Möglichkeit habe, hier so einen Außenbau anzufertigen, dann kann man das schon ruhig einmal machen. Aber ja. Äh, wir sind jetzt auch gleich fertig und gut, äh, wir sehen jetzt hier noch einmal einen kleinen Screenshot vom Haus von außen. Ich werde es wahrscheinlich in die Galerie packen und, äh, ja. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Bis dahin!